Das sind die drei Welten des Atlantik-Restaurants. Die drei Restaurants, Atlantik-Vediterranen, Klasse und die Kassenzeit, haben drei verschiedene Fahrzeuge. Also da oben ist ein Restaurant, hier, wo wir jetzt gerade stehen, ist ein Restaurant und da unten ist ein Restaurant. Also deswegen heißt es auch drei Welten, weil das insgesamt drei Etagen sind. Für jedes gibt es eine Extrakarte. In jedem Abteil kann man aber auch nur das von der Karte essen und das nicht kombinieren. Genau.